So, der war jetzt auch schön nicht in der Aufnahme, der Host. Hatte ich kurz mal aufessen wollte. So, erstmal speichern. Hey Nightbot, wie geht's? So, eisgar. Erstmal hier mal ein bisschen gucken. Wenn ich mal genug Punkte hätte. Das ist eine Sache. Naja. Die wichtigen Sachen haben wir ja, denke ich, ausgerüstet. Habe ich vielleicht mal wieder, vielleicht habe ich ja mal wieder so ein Ding. Kann ja sein. Naja, habe ich nicht. Sehr bedauerlich. Einstellung muss ich das machen, richtig. Immer wieder, ich muss immer wieder überlegen, ey. Eisgar. Jetzt haben wir Blitzgar, Eisgar, Vollra haben wir noch nicht. Doch, wir haben auch Vollgar, okay. Wir haben Wiedgar, Viagra haben wir noch nicht. Wiedgar, genau. Und ja. Ende. So, ich denke, das ist für sich schwer, ist es nicht unbedingt besser hier. Ja genau, das zieht halt nur meine... Interessanterweise zieht es auch meinen Angriff, also nicht mal meine Magie höher. Das ist interessant. Oh, hier ist es besser. Mh, 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 mh. Weird. Naja. Oh, wir haben jetzt einen neuen Slot frei. Das ist natürlich nett. Habe ich irgendwas vielleicht, was meine FP erhöht? Nein, natürlich nicht. Gebe ich mir auf jeden Fall... Oh yeah. Ach ja, der Heldenhandschuh, stimmt. Ich kann ja mal Notfallpotions ausrüsten. Mh, 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 mh. Das neue Schwert riecht nach Kacke. Ja, tut es tatsächlich ziemlich. Echt ekelhaft. Ich kann auch hier mal vorher waschen können. Ist hier denn ein Coupon-Mensch? Ne, scheinbar nicht. So, jetzt bin ich aber echt gespannt, ey. Vor allem Aqua ist dabei, Alter. Sie läuft ja auch immer, sie kämpft gar nicht. Also sie ist zumindest nicht in meinem Team. Sehr bedauerlich. Aber es geht trotzdem. Ich kann übrigens gerade nicht ausweichen, interessanterweise. Aha. Aha, was ist denn da? OMG. Der liegt hier so seit elf Jahren übrigens. Fenn. Fenn. Warum es so lange dauerte. Finn, wach auf. Öffne deine Augen. Bitte! Warum? Dein Herz hat nie seinen Weg nach Hause gefunden. Das war ein lustiger Trick. Kein Wunder, dass niemand ihn finden konnte. Der Motorrad Gangster ist wieder da. Warum bist du hier? Oh, ich bin entschuldigt, dass du deine Begründung aufzunehmen. Aber sicherlich, dass du mir einen Moment mit meinem Bruder begrüßt. Bruder! Was? So, Venti Wenti wants to keep sleeping. What am I ever going to do with you? Shut up! You better settle down there, Master! Aqua! I'll handle him! No. I'm ending this. But... You haven't recovered yet! Sorry, but you've seen me too weak, too often. Now it's my turn to shine. Hmm. Aqua! Oh, spiele ich Aqua? Oh, ich spiele sogar Aqua! Nice! Destroy! Da kommen Erinnerungen hoch an, wohl gar nicht allzu langer Zeit. Nice one! Keine Schwäche zeigen. Ach, schön. Ach, schön. Ah, es magischer! Schön. Und hier so, hallo! Hm. Drei Leisten kriege ich wohl nicht mehr voll. You wish! You wish! Bam, 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 bam! Wo ist er da? Kann er mal gar nichts, Alter. Von wegen, ich hab meine... meine... Mach's noch nicht wieder zurück. You! Nope! Yes! So. Zu langsam? Okay, ich wusste nicht genau, weil ich drücken muss. Na egal. Farewell, leider. Ich hab's vermisst. Yo! Du wünschst ja richtig den Boden mit ihm. In Kompetenz. Alter, hab ich's gehört? Das war voller 6. Ich wusste nicht, ey schien. Ich wusste nicht, ey schien. Es ist nicht das. Ihr habt verbeugt. Das war's auch. Ich wusste nicht. Was ist es? Wohne? Kingdom Hearts According to Smash Wer sind die beiden Figuren da oben? Wo ist das Floß? Ich kenne mit all meinem Herzen. Ruft mal eure Mutter an. Sie freut sich. Oder Oma. Wie Getränke hier rumstehen. 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 Wie next? Ja, ich bin gut, Sura. Huh? Du bist Sura? Ja. Hey, Ventus. I get it. You were my second chance. Huh? Call me, Ventus. Good morning, Ventus. Good morning, Aqua. Mmh. Zehn Jahre schlafen, die Frisur sitzt. Frisur, kann ich reden. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Das ist doch eine bestimmte Wir sind alle zusammen. Erstens, Sora, Riku, Donald, Goofy, Miki. Ich kann nicht genug bedanken für was du getan hast. Und du, Aqua und Ventus? Wir sind froh, dass du zurückkommen hast. Dankeschön. Ich wünsche mir nur, dass wir wiederholfen können. Wir sind froh, dass wir uns wiederholfen können. Wir sind froh, dass wir uns wiederholfen. Dankeschön. Ich fühle mich schlecht an, dass ihr euch wiederholfen könnt. Wir haben versucht, aber wir haben noch nicht die Terra gefunden. Nein. Er hat mit dem Master Erakos studiert, wie wir uns. Er ist unsere Verantwortung. Hm. Miki sagte mir, dass du mich in der Räume der Dunkelheit entspricht. Ich sollte dir helfen, dass du direkt zu helfen hast. Aber ich war zu viel inexperienced. Entschuldigung. Ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Nein. Nur das Gegenteil. Was ist das? Du wusstest, Riku ist ein wahrer Keyblade Master? Das ist wunderbar. Das ist auch. Das ist auch. Das ist für dich. Was haben die alle gegen Sora? Ich bin glücklich, dass du nicht nur ein bisschen verändert hast. Sora, du hast wahrscheinlich nicht gehört. Ich weiß nicht. Um... Uh... Es ist okay. Ah, ja. Lass uns nicht vergessen unsere neue Keyblade-Wielders. Lee, Kairi. Du hast eine große Herausforderung gemacht. Wir haben mal zwei Köpfe großartig. Kairi. Kairi. Unglaublich. Es bist du. Du kennst sie? Als du und ich in Radiant Garden kennengelernt haben, hat die Unversed versucht, eine kleine Mädchen zu attacken. Du kennst sie? Oh mein Gott! Das kleine Mädchen war Kairi! Ich glaube, es muss funktioniert. Die Spelle, die ich auf dich gelegt habe. Entschuldigung. Die Tage sind für mich. Aber es scheint, ich wäre in trouble ohne dich. So danke. Bitte. Du war wirklich sehr klein. Du wirst. 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 Ich kann nicht glauben, dass du ein Keyblade-Wielder geworden bist, wie ich. Ja. Axel. Du weißt, wenn? Axel, wer ist Axel? Sie, 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 Major Braineck. Huh? Jetzt, wer? Nicht zu worrychen, Leute. Um uns zu helfen, habe ich euch alle einen Gummiphone gegeben. Sie haben Summary von allem, was so weit passiert ist. So kannst du aufhören, wenn du möchtest. Und wenn jemand noch Fragen hat, können wir uns anrufen. Mr. Exposition, Mann. Er ist immer vorbereitet. Mhm. Well, wir haben unsere sieben Gummiphone. Ja. Aber ich wünsche, dass Roxas, Nominé und Terra hier mit uns auch sein können. Wann hast du dich mopiert, Sora? Komm schon. Terra muss mit der Organisation sein. Das bedeutet, dass wir die Chance haben, ihn zu retten. Lass ihn. Lass ihn mit Ven und ich. Wir bringen ihn zurück. Ja. Ich habe Terra eine Erachtung. Ich habe gesagt, dass ich da für ihn, wenn er mich braucht. Und ich will herausfinden, Roxas herausfinden. Ich weiß nicht, wie, aber ich werde ihn zurückkommen. Nominé ist hier, sicher mit mir. Ich weiß, dass wir eine Chance haben, um sie zu helfen. Und ich will, dass wir eine Chance haben. Und wir sind alle in das zusammen, Sorra! Und Donald und ich sind keine Keyblade-Wielders. Aber wir werden immer genau da sein, um dich zu halten. Wir haben deine Rückkehr, nicht nur jetzt, aber immer! Wenn alle Freunde von Sorra hier wären, dann wäre der Laden ganz viel überfüllt. Man könnte sagen, dass wir neigen Guardianen mit Donald und Goofy haben. Aufgrund der Zeit, weiß ich, dass die anderen bald mit uns stehen. Ja! Heute, wir sind zurück. Auf dem Moral, wir sind zurück in das Fated Place. Ja! Die Stärken hier sind so schön. Ich habe sie gesehen, als wir gekommen sind. Ja? Wir sind so lange ohne das. Ich weiß. Ich erinnere mich viel zu träumen. Von dir und Terra. Von Sorra und seine Freunde auch, glaube ich. Und es gab noch mehr Leute, die ich nicht kennengelernt habe. Oh, und ich sah diese wehrten Tiere. Es ist wie, ich bin Teil von einem großen Abenteuer. Ich bin auch in den Ort. Aber ziemlich schnell werden Dinge zurückgekommen. Let's share stories, when Tara is back. Yeah. Warum auch immer? Wie auch immer... In welche Richtung auch immer... Ah! Ah ja. Ich habe es mit diesem verdammten Trazorhut geschehen. Alle Boxen, die wir gefunden haben, ist nichts, aber ein Bust. Ich verstehe. Unsere Suche endet heute. Was ist das jetzt? Du kannst nicht finden das Unfindable. Die Boxen gibt es nicht. Ich wusste, dass sie uns für einen Rennen nehmen. Silence, imbecile. Ich meine, die Boxen gibt es nicht jetzt. Was ist das eine Art Riedel? Nur woher wir schauen? Schmerz und Schmerz sind in der Krieg. Ein Keyblade ist auf uns. Wir brauchen nur einen Moment für diesen Besten. Kein Wichter, die Boxen wird eröffnet. Das ist es? Aber woher ist mein großer Moment? Du hast es schnell genug. Als ich die Boxen habe, unsere reale Arbeit beginnt. No. Oh. 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 Hmm. Oh. 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 so ist es halt i should have been there for you by now but here we are shouldn't you say goodbye to your real home why i'm not here to fight relax hey you can't eat all this why did you buy three of them one for roxas and two for good luck i don't know because i felt like it okay why are you here got it memorized back when we were still friends we used to sneak into the castle yeah and we made a friend there a girl we apprenticed to ansem the wise to rescue her yeah and we failed one day she was just gone you gave up i did not give up one day we're apprentices the next ansem the wise is up and vanished the day after we're nobodies day after that we're doing icky jobs for zemnas i couldn't keep up with you following xehanort's nobody was the only way to discover what happened to her she was his lab rat so you found her i helped you rise up the ranks so i hope it paid off i'm afraid not nary a trace i started to wonder if we'd imagined her maybe she never existed and then in time i awakened to a new purpose i realized i could be stronger well then you blew it wise up already and just quit face it roxas is just like our other friend gone forever you need to accept that you wish i'm getting her back all of them especially roxas i'm even dragging you home the marks under your eyes they're gone yeah don't need them always told you they'd stop you from crying the upside down tears would you get lost i'll clobber you tomorrow i expect no less you 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 Vielen Dank.